Ich habe eine Präsentation mitgebracht, die heißt die beliebtesten Hobbys. Das ist einfach eine Liste mit Hobbys, die ganz viele Leute jeden Tag total gerne machen. Und falls jemand ein Hobby sucht, kann er sich da was aussuchen und findet ein bisschen Spaß dabei. Erste Aktivität, die ganz viele Leute total gerne machen, ist sich Sorgen machen. Also das größte Problem, was man haben kann, ist, wenn man eines Tages merkt, fuck, ich habe mir zu wenig Sorgen gemacht. Es sind Leute vor der Tür, die sagen, wo sind ihre Sorgen, wir brauchen 350 Kilo. Deswegen mache ich die gerne auf Vorrat und sogar Reserve-Sorgen hier. Und wenn ich die alle gemacht habe, dann denke ich so, boah, hoffentlich reichen die. Hat ihm das jetzt gefallen oder fand er das blöd? Der guckt immer so. Ich weiß nie, was in seinem Kopf vorgeht. Wenn es so weitergeht, frage ich ihn heute nicht, ob er mein Papa sein will. Ich bin tausend Träter, wann bin ich wieder dran mit Reden? Kaffee, 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 Kaffee. Was total viele Leute gerne machen, ist ein Grollhegen. Jeder trägt so kleine Grollbeer mit sich rum, aber es wird oft ein Fehler gemacht, und zwar werden die oft vernachlässigt. Wenn man sich da nicht drum kümmert, dann gehen die ein. Und deswegen empfehle ich, sich da einfach fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen. Einfach so, sich den so ein bisschen so gießen, mit Hass. Dann kann man so denken, boah, ich hasse den Eugen so. Und der Groll dann so, ja, das ist geil. Und dann gedeiht der. Was auch eine richtig schöne Aktivität ist, ist, sich über Dinge ärgern, die man nicht kontrollieren kann. Also, da kann man sich irgendwas aussuchen. Es gibt sehr viele Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Man kann zum Beispiel so einen Piepmatz nehmen. Dann guckt man sich so den Piepmatz an und dann sagt man so, Oh, der Piepmatz da! Warum piept der nicht? Wenn der nicht piept, dann ist es ja nur ein Mats! Aber statt dem Piepmatz kann man jetzt auch andere Dinge substituieren. Man kann zum Beispiel auch denken so, Oh, der bügelt meine Hose falsch! Das ist doch eine Idee. Was viele Leute auch total gerne machen, ist Leuten zu sagen, dass sie lächeln sollen. Und ich finde, das wird aber nicht zu Ende gedacht. Also, was man eigentlich machen müsste, ist, so sagt, lächel doch mal. Und wenn die dann lächeln, dann hält man so den Augenkontakt und sagt so ruhig, aber bestimmt mehr. Noch mehr! Ja! Und es ist einfach schön, wenn man Es ist einfach schön, wenn man anderen eine Freude machen kann. Und das letzte Hobby, was viele haben, das ist eine Gurke als Haustier halten. Also, das funktioniert so, man kauft sich eine Gurke und dann trinkt man sie so nach Hause und dann legt man sie so in den Kühlschrank und dann isst man die nie. Also, sie liegt dann so im Kühlschrank und dann geht man, so über Wochen geht man immer wieder so zum Kühlschrank und macht den so auf und sagt, Na, du kleine Arakka! Hast gedacht, ich ess dich, hm? Ich kann aber auch liebe Dinge sagen, zum Beispiel. Es ist einfach schön, einen Lebensgefährten zu haben, bis einer von uns weich und tot ist. Sehr, sehr schön. Das ist wirklich, es ist dieses absolut Tino Bommelino. Das ist S ASSIM Us cáell Sat S S S S S S S S Bommels Untertitelung des ZDF, 2020